Was weißt denn, tut der Karl-Heinz, der hat eine Videosammlung, hat ja den ganzen Schrank, alles voll, alles, hat ja... Schöne Filme auch wahrscheinlich, oder? Was? Schöne Filme. Ja, ja, Dokumentationen hat der Ding, der hat ja so, äh, Ding, so Straßenkehrerfilme, weißt du? Straßenkehrer. Wie kennen, Straßenfeger kennt ihr sie? Straßenfeger, ja, Straßenfeger, der hat ja drauf, hat der da, hat der Filme, hat der, so Dokumentationen hat der da, ich weiß, der hat die ganze Sammlung, Stoß langsam, eins bis drei, hat der, der Ding, was hat er alles, ja, warte mal schauen, was der da alles drauf hat, und täglich schmerzt mein Rüssel mir, hat der, den kenn ich gar nicht. Ja, ja, die Dings, dann hat er da, ah, Ding, weißt du schon, Indiana Jones hat er drin, da, Zeichentrickfilme hat der auch, Zeichentrickfilme, da Fick und Foxy hat der, Pantau, so, Ding, äh, Pumokl hat der alles, und der Dings, da, äh, Dings, äh, Viele Videoabende gehabt wahrscheinlich, gell? Hä? Videoabende hab ich gehabt wahrscheinlich. Hahaha, du, da haben wir, aber, weißt du, die haben da auch direkte Leute, weil da hat der, der hat da so Videofilme gehabt, hat der, die haben so wenig angehabt, haben die immer, so, und, 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 geschrien, haben die immer, weißt du, so, oh, 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 Ja, ja, da alte Falten, gut gebügelt, das hat ja alles, der ganze Film hat ja alles jetzt auch. Jetzt muss man bloß mal schauen, es müssen, eigentlich müssen sie schon wieder, es müssen sie schon wieder... Nein, ganz aus dem Haus nicht hin. Es müssen sie schon wieder, eigentlich im Prinzip, müssen sie schon... Was? Mach mal. Eigentlich müssen sie da schon wieder... Soll ich das nicht leichter nähe gehen einmal? Nein, nein, das ist, das ist jetzt, bis es wieder läuft. Bis es wieder... Oh, weißt du, das ist... Oh, dann schon wieder, wahrscheinlich hat ein... Ist ein runtergefallen. Ist ein... Höchstens. Halt, da musst du... Warte mal, mit dem wir ihm noch... Du hast bloß einen Leuchten, das sehe ich schon, weil der ist verzogen. Der ist... Weißt du, dann klemmt die. Ja, das sieht man, das hängt ein bisschen fest. Dann klemmt die Kassetten, die klemmt. Da muss der nur... Weißt du, eine Leuchte... Das sehe ich schon links. Links. Das sehe ich schon links. Ein Leuchte muss dem Tuch passen. Warte. 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 Ganz eine Leuchte muss dem... So. Jetzt ja. Jetzt ja. Hä, hilft das? Hat das ja so gehört jetzt? Ja, ja. Ja. Ah ja. Den Deckel, den brauchst du nicht. Ach so, ist der. Den Deckel brauchst du nicht. Da brauchst du... Und jetzt geht er wieder, ja. Den Deckel, den können wir uns ja aufheben. Andenken. Aber ansonsten... Ich würde auch noch mal sagen... Wir fahren mal zum Karl-Heinz. Weil dann können wir uns den anschauen da. Ja. Wo die Filme wieder anschauen, ja. Ja, ja. Die alten Filme, weißt du. Ja, viel Spaß noch, gell. Ja, ja. Karl-Heinz. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.